Kennen Sie die? Nein. Debbie Ocean, vorbestraft. Ihr Bruder Danny Ocean, noch häufiger vorbestraft. Sie war anwesend. Am Abend des Vorfalls. Und? Du willst also einen Juwelierüberfall? Nicht ganz. Eine Diamantenmine? Ja, das trifft es genau. Wo? Was? Die Matt. In dreieinhalb Wochen findet in der Mette alljährliche Wald statt und wir werden dort abräumen. Seh dich an. 16,5 Millionen Dollar auf jedem eurer Bankkonten. In fünf Wochen. Das ist viel. Jeder Zentimeter von diesem Ort wird überwacht. Das hier ist das modernste Sicherheitssystem der Welt. Wie lange hat die ganze Planung gedauert? Fünf Jahre, acht Monate und zwölf Tage. Warum willst du das machen? Weil ich es gut kann. Okay, seid ihr fertig? Fangen wir an. Es geht los. Ich zieh runter. Drei. Zwei. Eins. Das Spiel beginnt. Sie ist drin. Großer Gott. Das war spektakulär. Verriegelt die Ausgänge. Darauf sind wir vorbereitet. Wir werden nicht die Kopfverdächtigen sein. Wartet, 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 wartet. Wenn die das machen, müssen wir von vorne. Mach's am Ruckeln. Was hast du da gemacht? Ich hab's eingeschaltet. Oh. Ich hab's gewartet. Untertitelung des ZDF, 2020